Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tod Und ich dachte schon, der explodiert jetzt Ne, so fies wollte ich jetzt nicht sein Boah, was ist denn das hier? Ach, die sind fleißig, die Dorfbewohner Die kriegen das, hallo, ich sehe ja nichts mehr So, warte Ich glaube, wir sollten mal Richtung Heimat gehen Du? Ja, da gehen wir am besten Warte, hier, in die Richtung Wo bist du? Hinter dir Ach da, ja, du gehst vor Ich sehe ja nichts Pass auf, ich gehe vor, ich habe ja Licht Naja, in die Richtung Oh, Zombie Ich habe ihn nur gehört Aber nicht gesehen Zombie tot Oh, Zombie Ich habe ihn mit der Fackel tot Warum sehe ich eigentlich nichts? Das ist so kacke Noch ein Zombie Warte, ich mache uns mal Licht Ich auch so ab und an Ui, hier aufpassen Wo denn? Hier ist wieder Loch Ja, komm mal da weg Hier sind ganz viele Schweine Und ein Creeper Was? Wo? Creeper Wo? Da hinten Warte mal, kann ich noch Schweinefleisch mitnehmen? Rohes Schweinefleisch Ich muss mit dem Schweine killen Oh There is coming Skeletor Ne Das wollen wir lassen Hallo, Zombie Tschö, Zombie Wo bist du? Ach, da unten bist du Hier hinten, wo Licht ist Wo willst du denn hin? Nach Hause Müssen wir in die Richtung? Ja Ja, eigentlich müssen wir auf die andere Seite des Grabens Aber ich wollte da jetzt nicht schon wieder runterfallen Okay, soll ich mal vorgehen? Dann setze ich Fackeln Bleib mal stehen Hier, da ist ein Skelett Gewesen Danke Ja Da wo die Punkte sind Das sind meine Ja, bleib locker In welche Richtung müssen wir? Ähm Rechts halten Geradeaus? Ne, ein Stückchen weiter rechts halten Das geht nicht, da ist ein Berg Komm, wir müssen hier hochkraxeln Wir müssen über den Berg, glaube ich Ja? Ich sehe noch nichts Pferde Okay, warte, ich mache mal Licht So, bitte Äh, danke Kommst du ja hoch? Ne, warte Pferde Aber wir haben keinen Sattel Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen uns ein Ein paar Gäule mit Warte, du musst mal ein Stück Stück zurückgehen, bitte Warte So, okay Weiß Jetzt baut er mir hier vor der Nase wieder alles zu Wie soll ich denn dann hier hochkommen? Warte, ich tu mal eben die Axt weg Ich sehe nichts Ja, du bist echt ein Held Ich weiß Oh, Enderman Du, 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 du Wie doch egal, kannst du dich zum Kümmern, sag Du, 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 du Welche Richtung? Oh, Creeper Creeper Einfach geradeaus Creeper im Wald. Creeper im Wald. Oh, abgestürzt. Vorsichtig. Schlecht. Sehr schlecht. Creeper. Äh, eigentlich müssen wir uns weiter rechtswenden. Creeper, Creeper, Creeper. Ja, ich weiß, ich höre es auch. Creeper explodiert. Das habe ich auch gehört. Oh, Loch im Boden. Wir weinen weiter geradeaus? Nein, wir müssten uns eigentlich mehr rechts halten. Wo bist du denn? Du bist unten. Hier unten bin ich. Unter dir. Unter dir. Ich sehe es, ich sehe es. Pass auf, hier ist ein dickes Loch. Wir sind aber nicht hierher gekommen. Wir müssen eigentlich über den Berg. Ja, können wir doch. Wir können hier am Berg vorbei. Guck mal. Ja, das können wir auch. Und dann könnten wir eigentlich durchs Wasser gehen, ne? Ja, ein bisschen. Also in die Richtung müssen wir uns jetzt halten. Ich sehe was. Siehst du mich? Ja, dich. Du leuchtest hier auf meinem Bildschirm rum. Ja, weiß ich doch nicht. Da, da, da. Infolge der Leuchte. Haha. Okay. Ich bin schon gen Haie. Im Wasser wird bestimmt jetzt nichts kommen. Ah, weißer Hai. Hilfe, Hilfe. Komm, Quappen. Oh, die knabbern an meinem dicken Onkel. Die sind einfach nix fies. Schlimm. Ja, nee, ist klar, ne? Ich will jetzt nach Hause. Da oben ist ein Enderman. Echt? Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Der leuchtet hier auf meinem Bildschirm. So pinkfarben. Alte Tunte. Nein. Und da ist ein Skelett. Vorsicht. Wo denn? 12 Uhr. Wo? Ach, da. Au. Tod. Der hat mich abgeschossen. So, sag mir mal. In welche Richtung? Äh, die Richtung ist gut. Ja? Ja, weiter. Oh, hier liegt Fleisch. Hier. Das ist schön. Oh, hier. Da, vor mir. Hasse. Okay. Weiter gerade. Oh, es wird hell. Weiter gerade. Ich sehe sowas von geil. Supi geil. Guck mal, die Sonne geht auf. Es pisst zwar aus allen Rohren, aber die Sonne geht auf. Welche Richtung, Schätzlein? Rechts. Ein Stückchen rechts. So? Äh, äh. Ich muss mich hier irgendwie durch die Bäume wuseln. Wow. Okay, wir müssen wieder durchs Wasser, ne? Ja. Boah, das war ein erfolgreicher Beutezug, ne? Ja. Ich habe es geahnt. Was? Creeper auf 12 Uhr. Wir müssen immer nach rechts. Ne, ich will den haben. Okay, dann holen wir ihn. Der steht da so mit dem Brücken zu mir. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt bist du des Todes. Ich kümmere mich mal um die Schweine. Tod. Hopp. Schwein ist gut. Liet. So, weiter hier hoch, oder wie? Warte. Ja, ich warte hier um. Immer mehr Schweine. Ach, du mit deines Schweine immer. Ja, essen. Okay. Außerdem ist die Richtung genau richtig. Okay, da ist auch noch ein Schwein. Ey, nicht weglaufen. Das weiß genau, was du vor hast. Ja, ist mir mal egal. Ich kriege dich trotzdem. Wo bist du? Ich höre nur das Schwein quieken. Ja, da an dem Baum war ich. Und hier ist noch ein Schwein. Ich habe noch ein Schwein. Wo bist du? Ich sehe ihn aber nicht. Wo bist du? Ich komme mal runter. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier am Wasser hier vorne. Ja, warte, dann gehe ich mal runter. So, hinter dir. Ah, da. In welche Richtung ist man jetzt? Genau in die Richtung. In welche? In die, in die ich gerade latsche. Okay, dann latsche ich mal. Okay, meiner. Sehr schön. So, tot. Zombie. Ja, höre ich auch. Geh mal vor. Geh vor. Oder so. Ich bin hinter dir. Ich passe schon auf dich auf. Ich hause heute alle platt. Komm, wir springen jetzt Wasser. Wow. Okay, ich bin angekommen. Du bist auch gesprungen? Ja. Cool. Todesmutig. Ich habe ja mal ein Seepferdchen gestern gemacht. Gibt es noch da? Okay, Schweine. Ich weiß. Echt, mordest du schon wieder? Schwein, komm hier hin, du dummes Schwein. Oh. So, da ist noch ein Schwein. Ey, das ist abgrauen. Ja. Warte, ich kriege dich, kriege dich, kriege dich, kriege dich. Du kannst mir nicht hinkommen. Okay, wir können weitergehen. Ja, sehr schön. Warte, ich muss mir irgendwas essen. Ja, dass viele morden, das macht hungrig. Ja, du hast recht. Okay. Ich muss vielleicht auch nochmal ein Schwein essen. Hier irgendwie, warte mal. Wo denn? Ach, da hoch müssen wir? Nee, also keine Ahnung. Wir können auch hier rum gehen. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus? Das sieht gut aus. Das sieht Schweine gut aus. Oh, pass auf hier. Hier geht es rapide bergab. Gold, richtig. Oh, Kacka. Da unten sind Monster. Echt? Nee, da fallen die Schweine vom Baum. Die sind blöd. Äh, hier kommen wir nicht runter, oder? Äh, warte, dann gehen wir hier her. Wow. Ich bin unten. Wow, 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 wow. Weiter geradeaus? Ja, warte. Hier. Folge mir. Und da sind wir die Schweine in Ruhe. Nein, 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 nein. Essen. Okay, wohin? Hier rauf? Äh, hier rin. Hier rin. Okay. Bitte gehen Sie weiter, junge Dame. Och, danke. Gehst Sie jetzt mal. So. Beine Fresse, da sind hier viele Bäume. Wo hinten jetzt? Bist du noch da? Ja, ich bin hinter dich. Ach so. Ich laufe jetzt einfach mal vor. Ich laufe ja auch nicht schnell, so. Jetzt, boah, ist die Richtung gut? Ja. Ja. Oh, jetzt müssen wir berg rauf. Schreien. Das geht nicht. Oh, Kuh. Kühe. Muckus. Ganz viele. Und Rosen. Ich kann kein Fleisch mitnehmen. Ich kann kein Fleisch mitnehmen. Nee, warte mal, ich komme. Habe ich's? Ja, ich glaube schon. Okay, weiter geht's. Genau. Jetzt hier hoch, bitte. Da hoch? Boah, wie weit waren wir den Weg vom Dorf? Äh, von unserem... Ähm, Home Sweet Home. 562 Meter. Echt? Ja, dann hau mal rein jetzt so. Kommst du? Ja, ja, lauf einfach. Ich halte schon Schritt. Äh... Du kommst jetzt mit. Ich halte Schritt. Nee, ich fass's mir in den Schritt. Nein, nee, mach ich nicht. Na. Da-da-da-da-da-da-da-da. Das hast du jetzt nicht gesagt. Doch, das hab ich gesagt. Aber ich hab's noch nicht gemacht. Äh... Oh mein Gott. Oh, Kühe, Kühe! Ja, mach Mühe, Mühe! Äh... Tutututututututututu! Alles tot, alles tot. Alles tot. Ihr seid alles meine. Alter, das geht hier ab wie ein Zäpfchen. Alter, sind hier viele, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. So, was? Jetzt muss ich mal gucken. Scheiß Schwarzpulver weg damit. Ganz schön viele. Ich habe sie alle... Nein, noch nicht. Hier sind noch mehr. Und wir sind sogar gleich zu Hause. Boah, ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Tot, 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 tot. So. Ich habe acht Punkte wieder zusammen. Ich habe 16. Aber kann ich das Fleisch nicht mitnehmen? Oder was? So, hier oben. Noch mehr. Geku. Gestorben. Noch eine Kuh. Noch eine Kuh. Ey, gib mir das Fleisch. Danke. Okay. So. Welche Richtung? Pass auf. Genau so da zwischendurch. Aha. Einfach latschen. Über den Berg? Ja. Und dann müsstest du es schon fast sehen, weil jetzt ist es nur knapp 300 Meter. Vorsicht. Riesenloch. 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 Riesenloch.